willkommen zurück auf meinem youtube kanal ja ihr wisst ja ich zeige fast nur replays oder oder eigentlich nur replays seht ihr da in der mitte freie kamera aktiv steht da in der mitte da über der munition spult mal zurück so ich habe noch kein stern hier auf meiner kanone vom objekt 1 4 0 und das wollen wir doch mal ändern da grüßt schon jemand sorry ich habe das in game nicht gesehen sonst hätte ich zurückgegrüßt ich war mit dem lesen der panzer beschäftigt weil der gegner hat ein e 100 und wir haben nichts an zehn an was dem entgegenwirken könnte außer drei neuner her wies fahrer auch hier mal auf position sie dann auch schon gegnerischen bz 120 die erst mal auf distanz kommen wir wieder zurück wt rmwt kann auf den nicht einwirken bin hier auf steht auch ein bisschen viel rum muss hier aufpassen dass ich jetzt nicht von allen seiten kassiere so über die mitte wird auch gepusht da ist der 50 habe noch keine gute crew auf meinen panzer deswegen mit dem reparieren dauert das noch ein bisschen ich habe hier auch zweimal vorwärts gespult ja ich zeige euch das replay in zweifacher geschwindigkeit also wundert euch nicht ich nehme den scotter hier raus kassier von wt rm bounce auf die linie kassier nochmal von wt also der wt der war jetzt schon oft genug auf also wenn da keine ht drauf wirkt dann sorry ey weiß ich auch nicht was ich dazu sagen soll kassier von wt noch einer rein und dann raus vor dem t44er eine rein gs so das was ich jetzt übersehen habe ist dass die gegner noch eine t92 art hier haben das habe ich jetzt so im eifer des gefechts so das was ich jetzt übersehen habe ist dass die gegner noch eine t92 art hier haben das habe ich jetzt so im eifer des gefechts so ein bisschen verpeilt und kassier von hinten von der t92 zum glück war das nur splash kanone kaputt musste kanone reparieren der cdc nervt deswegen fahre ich jetzt darüber so und dank meiner mitspieler dahinten naja ist ja auch egal jedenfalls spiel ist verloren t49er verpasst dem wt jetzt noch eine und dann ist der drops gelutscht so wir sehen uns bei den stats so einmal großkaliber und mein stern endlich habe ich ein stern zumindestens das heißt du bist besser als 65 prozent zwei sterne würden bedeuten ich bin besser als 85 prozent aller spieler die dieses spiel spielen und ein objekt 1 4 0 fahren in den letzten wie war das in den letzten 100 gefechten zwei wochen kann ich auch egal interessiert keine sau so 5440 schaden 4 kills und das ist deutlich mehr als der beste vom gegner ja trotzdem hat es nicht gereicht denn wir haben ein prot mit null schaden ein t10 mit null schaden ein m103 mit null schaden gg bro ja dreimal tier 9 und ne zweimal tier 9 einmal tier 8 und op ne die kanone vom prot ist einfach mal mega wie man mit dem null schaden machen kann ist mir ein rätsel du ich sag es dir die scouts von uns haben es nicht mal gebacken gekriegt die artis da raus zu killen lange rede kurzer sinn würde mich freuen wenn ihr hier abonniert auch mein kraft sport kanal abonniert ich habe ja zwei kanäle links in der beschreibung und bewirbt euch für meinen clan wir sehen uns bis dann